Ah! White Titty! So, der Schweiger möchte einen Film. Irgendwelche Ideen? Nein, denk ich mir. Deswegen bin ich da. Max! Genre! Liebesfilmen? Liebesfilmen? Aber das ist noch zu wenig, da muss mehr rein. Kann man dann noch Englisch malen? Vorsicht mit Englisch, Till. Kann ich was singen? Um zu singen, müsstest du erst mal sprechen können, Till. Okay. Dann also ein Liebesfilm, gepaart mit... Familiendrama und Action? Genau! Und du bist gefeiert. Halt! Eines Schaus hast du noch. Welcher Film ist besser? Kokowa oder Keiner Hasen? Äh... Kokowa? Falsch. Beide sind geil. Raus hier. Ha! Jetzt brauchen wir nur noch einen Plot. Ich möchte etwas noch nie dagewesener machen. Vielleicht... vielleicht ein Film über eine... Komplizierte Vater-Tochter-Beziehung. Woher wusstet ihr das? Ihr seid ja fast so geil wie ich. Als nächstes brauchen wir einen Hauptdarsteller. Irgendwelche Bewerber? Keiner weiß von dem Film. Okay. Ich melde mich freiwillig. Fangen wir mit dem Casting an. Peter? Wir brauchen kein Casting, wenn nur du in der Auswahl bist, Till. Sag mal, soll ich dir jetzt deinen Job erklären, oder was? Fang an. Puh! Schau traurig. Schau wütend. Fröhlich. Liebevoll. Du hast die Rolle. Yes! Yes! So, jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der meine Tochter spielt. Wir haben eine total talentierte Schauspielerin gefunden. Die ist einfach der Wahnsinn. Geht mal weiter. Die ist geil. Aber wisst ihr, was noch genialer wäre? Wenn meine eigene Tochter auch die Tochter im Film spielt? EMMA. Wir drehen wieder. Ach, nöööööööööööööö. Sag mal, was ist deine Lieblingsmusik? One Direction. Sehr gut. Schreib One Republic an die Tafel. Ich merke schon, das wird mein Meisterwerk. Ich sollte auf jeden Fall selbst Regie führen. Und schreiben sollte ich das Ganze eigentlich auch. Ich hab's schon genau vor Augen, ja? Also erst mal eine große Aufnahme von mir. Dann kommt von der anderen Seite. Und das heißt, es sind verschiedene Sachen. Und ich hab's die ganze Zeit hier aufzählen. Und das geht die ganze Zeit. Was meint ihr dazu? Fantastisch. Großes Dein Leben. Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen. Cappuccino. Du willst den Film Cappuccino nennen? Ich hab den Film Cocova genannt und die Leute sind reingegangen. Ist das so richtig? Ist doch egal, das ist unser Film. Cappuccino. Ein Film von, mit und für Telschweiger. Ach Papa, nicht schon wieder. Wie gefällt euch unser neues Format? Schreibt's in die Kommentare. Schreib doch nicht schon rum, ey. Ja, weiter geht's auf jeden Fall entweder mit deftigem Daft Punk. Kann man das nicht essen, oder? Oder ihr seht euch, ja, was könnt ihr euch sonst? Ah, ja, hier ein Trailer vom Till an. Wild wie immerweise. Wir sehen uns am nächsten Freitag. Ja, und außerdem haben mich diese Spackos noch dafür bezahlt, dass ich hier ein bisschen Werbung für den neuen Kanal mache. Why Play heißt der. Da geht's um, ich weiß nicht, um was geht's da? Ja, hier so Gaming-Geschichten und sowas. Ich finde das auch langweilig, geht lieber in meinen neuen Filmen. Aber ihr könnt ja mal klicken, vielleicht könnt ihr auch abonnieren. Hier, da klicken und so. Ach komm schon, hab keine Lust mehr. Bis zum nächsten Mal.